Was geht ab Leute, heute mal etwas anderes Video von mir und zwar will ich euch den Mikael Isak vorstellen. Spielt in der 2. Bundesliga bei den FC Nürnberg, 23 Jahre jung, 1,85 groß, 5 Sterne schwacher Fuß, 3 Sterne Spezialbewegung leider nur, aber das ist wurscht. 13.000 habe ich ihn gezahlt, man kriegt ihn mittlerweile für 10.000 bis 12.000, 13.000, 14.000, ich weiß es nicht genau. 49 Spieler habe ich mit ihm gespielt, 31 Tore gemacht, 25 Vorlagen. Gehen wir mal rüber zu den Attributen, 72, 79 Antritt und Sprintgeschwindigkeit, was bei seiner Größe und bei seiner Statur sehr stark ist, meiner Meinung nach. Kommen wir mal zu der Stärke mit 92, da hat halt wirklich kein Gegner eine Chance gegen ihn hinten, kein Company, kein Boateng, kein Ramos, da drückt die alle weg, als wären es nix. Sprungkraft und Kofferpräzision mit 89 und 85 jeweils, macht sich auch sehr bemerkbar hinten. Der gewinnt auch jeden Kopfball, wenn man ihn ins Hättelfeld haut, vom Torwart aus, kriegt er wirklich jeden Kopfball ohne Probleme. Seine Stellungsspiel ist ein bisschen fragwürdig in dem Fall. Ich hätte ihm da eine 92 gegeben, weil der steht immer goldrichtig und das werdet ihr auch im Video sehen, egal wie man reinflankt, wie man reinpasst, wie man ihn reingibt in den Strafraum, er steht immer goldrichtig. Dazu noch ein krasser Abschluss von 81, eine Schusskraft von 89, überragender Typ. Ich sag's euch, das ist eine krasse Alternative zu Ibrahimovic und kostet so circa 6-fache weniger als Ibrahimovic. Gönnt euch auf jeden Fall den. So, nun kommen wir mal zu den ganzen Toren, die er für mich geschossen hat. Einmal sieht man hier seine Schusskraft, wunderschön, aus dem 16er ins Kreuzeck. Hier sieht man auch sein Stellungsspiel, wartet auf den Ball, zieht mit Love Volley ab. Auch schön, krasser Typ auf jeden Fall. Der steht da echt immer goldrichtig, wie man auch hier sieht, wieder Volley mit rechts abgezogen. Für den Torwart nix zu machen. Auch hier steht er wieder einfach, der Typ steht wirklich immer hervorragend. Hier dreht er sich einfach mal ganz, ganz oben mit seinem schwachen Fuß gegen die Latte drin, weil er... Hier hab ich einmal ein Solo versucht mit ihm. Einen auf Lionel Messi. Und auch das funktioniert, muss man sagen. 1 gegen 1 hat der Torhüter keine Chance. Hier drängt er einfach mal den Smalling weg, als wäre nix. Flacher Vollspannschuss ins Eck. Hier einmal schönes Finesse-Shot. Der Typ lohnt sich wirklich zu kaufen. Hier einmal mit seinem schwachen Fuß von der 16er Linie ins Eck. Hier gewinnt er ein Kopfball gegen Smalling. Der steht wirklich immer komplett richtig. Den kann man immer mal wieder einwechseln, ab der 50. Minute, ab der 60. Minute, um frischen Wind reinzubringen. Und man sieht, der steht halt wirklich immer komplett richtig. Auch hier, man sieht, dass er auch an Geschwindigkeit zunehmen kann und auch schnell ist. Schießt er mit seinem Wigfoot in die linke Ecke. Oh, hier steht da wieder Gold, richtig gewinnt wieder ein Kopfball. Hier gewinnt er auch wieder ein Kopfball gegen, ich glaube es ist Smalling. Krasser Typ, also ich empfehle euch den auf jeden Fall zu holen. Hier ist auch das letzte Video und das schönste Tor von ihm. Und hiermit beende ich auch dieses Video. Ich hoffe es hat euch gefallen. Ihr könnt euch ja den mal gönnen und mir in die Kommentare schreiben, wie ihr ihn so findet. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Untertitelung des ZDF, 2020